1 zu 2 gegen Hertha. Schalke haben wir einfach nicht leicht, schon gar nicht in diesen Zeiten. Aber es geht immer weiter und es geht weiter mit einem neuen Trainer. Hallo zum Legenden-Talk, Abi Didi. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und mit uns reden wollt. Gerade Vorstellung des neuen Trainers in der Arena. Karel Gerrard, Belgier, selbst Mittelfeldspieler gewesen. Ich glaube 20 Länderspiele, wenn ich richtig nachgeschaut habe. Was könnt ihr zu dem sagen? Also ich kenne ihn jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn er 20 Länderspiele gemacht hat, müsste er ja eigentlich bekannt sein. Man ist jetzt nicht so in der belgischen Liga drin. Man weiß auch nicht, wie stark die ist und, und, und. Aber ich kenne ihn nicht. Vorher soll er, glaube ich, ganz anständige Arbeit gemacht haben, soweit wie ich gehört habe. Ja, war Trainer bei Union St. Gilles Lois, die als Aufsteiger fast Meister geworden sind. Da war er noch Assistent, letzte Saison war er dein Chef. Und unter anderem in der Europa League im Achtelfinale Union Berlin rausgeschmissen. Ja, so scheinbar. Mit 3-3 und 3-0 und gegen Union sechs Tore zu schießen in zwei Spielen, ist verdammt nicht einfach. Ja, aber das ist in der letzten Saison. Da war Union ja noch ein bisschen stärker. Und ja, wir müssen uns überraschen lassen. Wir werden ja immer wieder überrascht hier mit neuen Trainern. Und jetzt haben wir einen aus Belgien. Ich habe gehört, der ist der deutschen Sprache noch nicht ganz so mächtig. Hoffentlich ist das nicht ein Problem. Das wird man sehen, wie schnell er die Mannschaft kennenlernt und wie schnell er sich überhaupt mit den Spielern auch zusammensetzen kann, sprechen kann. Seine Philosophie den Jungs mitteilen kann. Und dann wollen wir ihm die Daumen drücken, dass das hier besser wird als das, was wir in letzter Zeit sehen. Ja, er hat gerade auf der PK erzählt, dass er das meiste versteht, wenn wir Deutsch reden. Aber dass er selber sich noch nicht so sicher fühlt, dass er da die Pressekonferenz auf Deutsch machen wollte. Dass er aber daran arbeiten wird und so schnell wie möglich dann auch auf Deutsch sprechen will. Heißt das, dass er mit dem Dolmetscher arbeitet? Ich denke, er wird Englisch sprechen. Er kann auch Französisch. Wie viele bei uns in der Mannschaft Englisch sprechen, keine Ahnung. Also wenn die Hälfte nur die Sprache Englisch versteht, dann sehe ich schon ein kleines Problem. Jetzt musst du dazu sagen, Reiß hat Deutsch gesprochen und den haben sie auch nicht immer verstanden. Ich glaube, den haben sie ganz gut verstanden. Aber zu gut, glaube ich. Ich glaube, den haben sie ganz gut verstanden. Also die Sache da mit Reiß, verstehe ich sowieso nicht ganz. Man hätte da sowieso Thomas einfach die beiden Spiele noch machen lassen sollen. Und dann hätte man sagen können, so okay, jetzt machen wir irgendwo einen Schnitt. Die beiden Sachen mit Kreuzer, die sind ja auch komplett in die Hose gegangen. Das muss man einfach so sagen. Und ja, dadurch ist natürlich noch ein bisschen mehr Unruhe hier bei uns im Verein reingekommen. Gerade das Spiel gegen Hertha, wenn wir das gesehen haben. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir gegen Hertha verlieren. Ich habe gesagt, wir gewinnen 1-0. Wäre mir auch egal wie. Aber das war für mich eine Geschichte jetzt wieder am Samstag, wo ich gesehen habe, wo fünf neue Leute reinkamen zum Gegensatz Paderborn. Sechs sogar. Oder sechs, mit dem Torwart, glaube ich. Sogar sechs Leute. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit schon gesagt habe. Wir finden keine Mannschaft. Und so mehr du rumrührst in den Pott, umso schwieriger wird das. Und ja, man muss aufpassen, dass man nicht noch tiefer sackt. Weil es werden sicherlich noch ein paar ganz anständige Spiele kommen. Und das Selbstvertrauen in der Mannschaft ist total im Arsch zur Zeit. Das muss man einfach so sagen. Man sieht ja, was Drexler gemacht hat da allein vom Tor. Der hätte ihn noch anhalten können und dann erschießen können. Und daran kann man sehen, dass das Selbstvertrauen in der Truppe komplett auf dem Boden liegt. Selbstvertrauen ist natürlich auch wichtig, wenn man sich von hinten rausspielen will, wenn man überhaupt in so einen Flow kommen will. Ich fand, das war sogar teilweise, teilweise besser als in den Spielen zuvor. Dass wir doch hinten auch mal über fünf, sechs Stationen sicher rausgespielt haben, um dann vorne zu gucken, was geht. Aber relativ schnell, vor allen Dingen nach dem 0-1, war dann wieder viel zu wenig Bewegung. Der eine hat den Ball und die anderen gucken, was macht er jetzt? Ich muss so sagen, die ersten zehn Minuten habe ich gedacht, boah, was ist hier heute los? Die sind aggressiv, die sind draufgegangen, haben den Gegner unter Druck gesetzt, die sind gerannt, die haben gekämpft. Und dann hat man Stück für Stück wieder die Linie verloren, hat wieder die gleichen einfachen Fehler gemacht, die sie immer gemacht haben. Hinten haben sie ein bisschen rumgespielt, hast du recht. Aber sobald wir ins Mittelfeld kamen, ist der letzte Pass nicht gekommen, war ungenau, haben den Gegner in die Füße gespielt und haben so härter wieder ins Spiel gebracht, haben sie stark gemacht und kriegen dann natürlich ein Tor rein, wo eine Bogenlampe kommt rein und drei Mann gucken Richtung Torwart, gucken gar nicht dahin, wo der Ball ist. Und der Berliner war ja selber überrascht, dass er den Ball auf den Fuß hat und dass er auf einmal drin war. Das war ja unglaublich. Und danach waren wir erstmal total verunsichert. Dann habe ich gedacht, das war in der zweiten Halbzeit, dass der Trainer sie in der Halbzeit nochmal heiß macht. Mike ist ja auch dabei, der kommt ja von den Emotionen, dass er da auch nochmal die Jungs da vorne pusht. Aber wir haben in der zweiten Halbzeit bis zur Einwechslung vom Assam, muss man fast sagen, haben wir keine richtige Aktion. Gut, der Rodde hat einmal an die Latte geschossen. Ja, Lassmann hat die Riesenchance, wo er den reinlegen muss. Aber das war natürlich auch. Warum spielt ein Terrodde, ein Assam, ihr wisst, ich kann den Nachnamen nicht so gut aussprechen, ich sage immer Assam, aber ist auch besser für den Jungen so. Und warum lässt er den? Lass mich nicht von Anfang an spielen. Wenn er Änderungen innerhalb des Teams vorne nimmt. Vor allen Dingen, wenn Spieler länger von letzt waren, dann lasse ich sie anfangen und dann kann ich sie nach 50 oder 60 Minuten runterrollen. Und wenn man Assam sieht, der hat ja immer drei, vier gute Szenen, auch in dieser Zeit, die immer gefährlich sind. Gegen Magdeburg hat er auch die Wende gebracht mit seinen Aktionen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat Kreuzer für mich an dem Tag versagt mit der Aufstellung, ohne Wenn und Aber. Und da hätte vielleicht auch der Mike ein bisschen mehr Einfluss nehmen können. Weiß allerdings nicht, was da vorher ausgemacht ist. Wir sind ja nicht dabei. Vielleicht ist ganz klar gesagt, Kreuzer stellt die Mannschaft alleine auf. Gut, das weiß man nicht. Und wir waren auch beim Training nicht dabei, wo man ja auch sich beweisen muss, um zu gucken, vielleicht war die Trainingswoche von dem einen oder anderen nicht so gut. Ja, wir können immer auf das gucken, was hinterher was war und können das beurteilen. Und ja, Abi, was hast du gesehen? Defensive, dann einmal dieses Nicht-Reagieren bei dieser abgefälschten Flanke, die dadurch gefährlicher wird, als sie vielleicht sonst gewonnen hat. Du weißt ja, ich sehe das Fußball ein bisschen anders, als die Jungs da unten spielen. Weil ich bin der Meinung, dass wir immer noch zu weit auseinander stehen, dass wir nicht, wir können überhaupt nicht richtig pressen. Das Gefühl, die laufen wohl vorne immer hin und her, hin und her. Ja, aber pressen heißt für mich, wenn ich jemanden presse, zwinge ich ihn dazu, den Ball nach vorne zu schlagen. Ja, und nicht zum Torwart zurückzuspielen. Dann stelle ich mich so hin, dass er nicht mehr zum Torwart zurückspielen kann. Ich bin auch der Meinung, unser Mittelfeld, wir werden noch 100 Jahre spielen, die werden kein Tor machen. Weil entweder sind sie alle hinten oder zweimal nur oder einer. Es kommt aber aus dem Mittelfeld auch keiner zum Abschluss irgendwie, dass er mal losläuft. Ja, da kam hier rein, der Kleine, der lief gleich los, hat geschossen. Ja, da hat man wenigstens mal gesehen, der will ein Tor machen. Von den dreien, die jetzt gespielt haben. Mein Leid, habe ich gedacht, also da können wir noch fünf Stunden spielen, die werden kein Tor schießen. Es ist einfach so. Die gehen das kleinste Risiko ein. Das heißt, sie machen nur das, was der Trainer ihnen sagt. Ja, du spielst defensiv schön vor der Abwehr, spielst ein bisschen dahin, spielst ein bisschen dahin, aber das ist es nicht. Du musst schon mal ein bisschen Mut haben und sagen, ich unternehme alleine was. Ich kann nicht nur immer auf den Trainer hören. Ja, der Trainer erzählt mir wohl, aber ich spiele doch, ich spiele. Und da muss ich doch mal sagen, jetzt gebe ich mal selber Gas. Ich nehme einfach mal den Ball und mache einfach mal was. Aber bei uns ist es einfach so, wenn es gar nicht geht, 30 Meter zurück, 40 Meter quer, 30 Meter dahin, wieder zurück. Wir haben ja gar keine richtigen Torschancen. Der Polter, der hat ja nicht eine Chance irgendwie als Flanke gekriegt. Und man muss auch dazu sagen, Berlin hat zwei super Abwehrspieler. Top, ja. Die standen hinten richtig gut. Ja, und dann ist es nicht so einfach. Wahrscheinlich hätte ich an Kreuzer Stelle, ich hätte den nicht rausgenommen, den Polter. Ich hätte Terrolle reingeschmissen noch. Hätte dann probiert, mit langen Bällen zu arbeiten, ja, zu gucken, dass die beiden was auflegen, dass die anderen vielleicht mal schießen können. Also ich hätte es nicht gemacht. Also wir haben jetzt schon so viel ausprobiert, aber mit den beiden zusammen, glaube ich, war auf die Idee noch keiner gekommen. Nee, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt. Lass beide spielen. Und vor allen Dingen, wie du schon sagst, zum Schluss hin, lange Bälle, die können verlängern, die Außenspieler können nach innen gehen oder sie legen den Ball zurück. Aber so war ein Stürmer vorne drin und die beiden. Das System hat sich auch nicht verändert. Wart übernommen. Das System hat sich auch nicht verändert. Auch für Hertha. Hertha hat gesagt, ja gut, den wechseln sie aus, dann übernehmen wir den mal. Zack. Ja, und dann haben sie wieder gleich gut hinten gestanden. Hast du jetzt zwei Stürmer, bringst du jetzt zwei so Brecher rein. Ja, dann ist es doch ganz was anderes. Da kriegen die irgendwann, oh, scheiße, jetzt müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Also müssen wir uns, dann drückst du die auch weiter nach hinten. Ja, aber wir machen, du hast ja recht, was du sagst, die Abstände sind zu groß. Wir spielen nicht gut da vorne. Der Tempelmann nimmt den Ball an, der läuft 25 Meter und der letzte Pass kommt ungenau. Oder er ist dann vielleicht acht Ideen noch oder verliert den Ball. Und Schallenberg, der hat ja in Paderborn richtig klasse gespielt. Das hätten wir ja auch nicht geholt. Aber hier kommt er einfach noch nicht klar, muss man ganz einfach sagen. Er läuft und spielt auch viele unnötige, einfache Fehler. Die Sechs ist dadurch nicht richtig zu. Der zentrale Mittelfeldspieler des Gegners kann jedes Mal den Ball ohne Probleme annehmen, kann sich drehen und kann gucken, wo er den Ball hinspielen will. Also da haben wir echt ein Problem. Ja, aber da muss der neue Trainer dran arbeiten. Da muss er als Trainer auch mal sagen, so, jetzt nehme ich den mal rund. Ende aus. Sollte er machen. Er kann ja nicht abspielen, alleine spielen, spielt Scheiße und spielt jedes Mal. War ja auch direkt an seiner Runde Karte. Er hat ja auch direkt wieder drin, hat ja auch direkt wieder gespielt, muss man ja auch sagen. Also da liegt einiges im Argen. Aber wir haben ja jetzt einen neuen Coach, der wird das gesehen haben. Soweit ich weiß, war er auch im Stadion gestern, hat das auch gesehen. Und ich bin gespannt, freue mich schon drauf. Ja, spannend ist das auf jeden Fall. Was wir sagen können zum Thema Mittelfeld, dass man den Eindruck hat, und das hat natürlich auch wieder mit dem Selbstvertrauen zu tun, dass keiner den Ball haben will. Oder jedenfalls, also der Einzelne, der immer anspielbereit ist, der den Leuten entgegen geht, der machen will, das ist Karamann gewesen. Und nicht zum ersten Mal, also der kannst du nur den Hut vorziehen, dass der immer noch was versucht, wenn der Rest steht, hat der sich bewegt. Aber dann fliegt der natürlich auch noch vom Platz und fehlt uns jetzt in Karamann. Ja, weil Merkir so ein scheiß Beispiel, muss man auch sagen. Sicherlich hätte er da vielleicht nicht in die Grätsche gehen müssen. War ein bisschen unbeholfen, sah das aus. Aber Merkir hat sich auch schön, hat gesehen, dass er kommt. Ja, die waren ja clever, die Berliner. Die haben auch eine clevere Mannschaft, die haben auch eine abgezockte Truppe, muss man ganz einfach sagen. Und die haben das gut gemacht. Die haben auch einen Torwart in den Ring gehabt, der eine Sicherheit ausgestrahlt hat. Der war da, hat ein paar gute Bälle gefischt. Also Hertha hat nicht überreicht gespielt, aber es hat gereicht, weil sie clever gespielt haben. Ganz einfach. Ja, ein Zufallstor und dann der doppelte Tunnel von Rehse. Das letzte Mal kriegen wir von Platte einen rein, diesmal von Rehse die knappen Schmiede-Jungs schlagen zu. Also da haben wir uns so angestellt, wie die letzten Amateure. Ja, wir kriegen ja immer zuletzt die Gegentor. Also sowas habe ich auch noch in der ganzen Zeit noch nicht gesehen. Also einen Beinschuss kriegt mal jeder. Das habe ich auch schon gekriegt. Aber wie, ja, und von was für eine Position er weitergeht, dass da nicht irgendwie mal einer guckt und sagt, boah, jetzt muss ich aber mal raus, ich muss mich stellen. Ich war ein Baumgartner und der kam raus. Das Einzige, was er gemacht hat, er hat die Hände da hinten gemacht, nicht bloß sich anschießen zu lassen. Aber so kann ich nicht hinlaufen. Ich muss aggressiv hinlaufen. Ich muss ihn mindestens erschrecken. Um fünf Meter vorm Tor, da brauche ich die Hände nicht mehr wegmachen. Ja, das ist mir leid. Also da habe ich kein Verständnis. Also Baumgartner muss man ja ganz ehrlich sagen, stellt sich ja da, vor zwei Wochen war das, glaube ich, vor den Kameraden nach dem Spiel. Ich finde, man kann was sagen, aber da muss ich selber überragend spielen, dass ich da hingehe und irgendwas sage. Und in meinen Augen, bin ich ganz ehrlich, hat er noch nicht ein überragendes Spiel für uns gemacht. Ganz klar. Und sich dann hinzustellen und das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Das kann man auch machen, wenn man in einer Besprechung ist mit dem Trainer, wenn man unter vier Augen ist oder in einer Mannschaftsbesprechung vorm Spiel, in der Analyse nach dem Spiel. Da kann man seine Meinung äußern. Aber wenn ich selber nicht stark spiele, dann muss ich den Mund halten. Und wenn ich dann sehe, eine Mannschaft, die hat daran gearbeitet, die hat mit daran gearbeitet, dass der Trainer nicht mehr da ist. Und wenn ich dann sehe, wie sie in zwei Spielen rumgelaufen sind, wenn ich einen Trainer weg habe, dann muss ich doppelt und dreifach rennen, wenn ich dafür gesorgt habe. Und das habe ich nicht gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich in Paderborn nicht gesehen und jetzt habe ich es auch nicht gesehen. Die müssen sich im charmanten Ruhrgebiet in den Arsch aufreißen, bis zum Gehtnichtmehr. Ja, das hatte man erst den Eindruck, als Lasbe und Kabadai, die außen besetzt haben. Und dann wurde es besser. Und dann kam Asser noch. Und von dem neuen Trainer sagt man, dass er sehr gut mit jungen Spielern arbeitet, dass er die entwickelt. Vielleicht ein Hinweis. Das heißt der andere, dass Union Saint-Gélois aus einer kompakten Abwehr mit schnellem Umschalten und Kontern häufig gespielt hat. Auch da würden ja so die schnellen Leute am meisten... Schnelle Leute. Kabadai und Lasme zum Beispiel. Garamandis. Sie machen ja noch Kinderfehler ab und zu, aber auf jeden Fall sind sie schnell und die riskieren was. Und das ist das, was ich ja immer die ganze Zeit gesagt habe. Also es ist ja, wenn du so junge Leute hast, dann musst du die auch spielen lassen. Die müssen ja ein bisschen Erfahrung kriegen. Aber wenn du die pausenlos immer nach den letzten 20 Minuten reinschmeißt, dann funktioniert das nicht. Da sind die, da brauchen die nochmal 10 Minuten mit dem Kopf überhaupt mitzuspielen und dann ist die Zeit um. Und ich bin immer dafür, das haben sie schon gezeigt und warum die jungen Spieler nicht spielen, ist für mich unbegreiflich. Tut mir leid. Also fesichlich schlechter und auch wahrscheinlich noch besser als die, die immer eingeladen sind oder die immer spielen oder egal. Aber ich glaube einfach, dass man mehr auf die jungen Spieler sollte man spielen lassen. Weißt du, ich bin nicht mehr dafür, dass man sagt, oh ja, der eine ist verletzt, jetzt kommt er wieder rein, der Junge wieder raus. Nein, lass die doch spielen. Die brauchen ein bisschen was, aber ich bin davon überzeugt, dass so ein junger Spieler, der mit Herz da reingeht, der bringt mir mehr als irgendein abgezockter, der nicht läuft, der nach 20 Minuten, sie haben Oberschenkel gepackt und nach 30 Minuten postete. Ja, das ist alles, ich bin mittlerweile ein bisschen angekotzt auf Deutsch. Ich weiß schon manchmal gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich habe mich so aufgeregt hier am Sonntag, ich habe mich so aufgeregt, das ist schon lange nicht mehr, also dass man bei dem Herz stehen geblieben ist. Hoffentlich kriege ich hier noch eine Beerdigung, wenn ich hier mal ein Tag rumfalle. Herrlich. Ja, aber auf Schalke wäre doch das Beste, besser kann man ja nicht abgehen. Ja, aber lieber beim Torjubel in der 90 plus 0,4. Dann wäre mir lieber in der 90. Minute als nur für uns gegen die Veteraner. Jo, also es geht weiter mit Karlsruhe, das ist die nächste Aufgabe. Da habe ich gedacht, als die den Stindl verpflichtet haben, puh, die könnten vielleicht oben mitspielen. Die haben so ein gutes Mittelfeld, Wannicek, Nebel und so weiter. Haben aber auch ein, zwei oder die besten drei Stürmer der letzten Jahre verloren. Nicht jetzt erst im Sommer, sondern so nacheinander. Und stehen jetzt auch nicht viel besser da als wir. Da stehen noch zwei Plätze vor uns. Wir könnten sie überholen, wenn wir da gewinnen, aber wo ist die Hoffnung? Karlsruhe ist eine ganz unberechenbare Mannschaft. Die spielen wirklich eine Woche so, eine Woche so und so. Das wird richtig schwer werden. Vielleicht kriege ich die Mannschaft diesen Motivationsschub. Werden wir sehen. Der Trainer hat jetzt 14 Tage Zeit, die Jungs da hinzubringen, wo er sie haben möchte. Von der Ordnung her, wie sie spielen wollen, welche Taktik sie an den Tag legen. Und ich glaube nicht, dass die Karlsruher sich freuen, dass wir jetzt einen neuen Trainer haben. Das kann vielleicht auch unser Plus sein, dass wir ein bisschen unberechenbarer werden für den Gegner. Und ich würde es dem Trainer wünschen, dass wir da mit Punkten wieder zurückkommen. Du hast mit sechs Mal gegen Karlsruher gespielt, aber nie mit Schalke, sondern MSV, TB, Arminia Bielefeld. Und du hast natürlich ein herausragendes Ereignis gehabt, wenn es um das Thema Karlsruher geht, Auswärtssieg, April 77. Du wirst dich erinnern. Sieben zu eins damals und das erste Fallrückzieher-Tor von Klaus Fischer. Also die sehe ich auf der Flanke von dir. Das war ein Eckball gewesen, soweit ich mich jetzt erinnern kann. Von Hannes Bongers. Dann hat der Klaus super genommen. Und Karlsruher lag uns eigentlich immer. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt auch nicht, ich weiß nicht die Arbeit des Trainers. Das ist ja jetzt für mich das Wichtigste überhaupt. Was ist das für ein Typ? Was macht er aus der Mannschaft? Und da muss man abwarten. Also ich will ihn gar nicht verurteilen, ob der gut oder schlecht ist. Ich beurteile ihn, nachdem ich das Spiel gesehen habe. Ob er schon was seine Handschrift sieht. Also ich persönlich weiß ja jetzt am Donnerstag hast du auch gesagt, wäre ein Spiel gegen... Genau, Herakles Almelow aus der Ehredivisi. Hätte ich wahrscheinlich an seiner Stelle nicht gemacht, weil ich glaube, das ist, wie du sagst, die Stellen an achter Stelle. Das ist ein schwieriger Gegner. Man weiß natürlich nicht, kommen die hier mit voller Batterie auch hin oder spielen die nur mit der Reserve. Das weiß man alle nicht. Aber es ist schon wieder so ein Gegner, wo man natürlich aufpassen muss, dass man nicht gleich bei so einem Freundschaftsspiel wieder einen kriegt, dann stehen die Fahnen schon wieder schlecht. Dann heißt es schon wieder, hm, 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 auch wenn er nur zwei Tage da ist. Ja, also ich weiß nicht, ich hätte mir da wahrscheinlich lieber eine Mannschaft gesucht, die ich schlagen kann, dass ich vielleicht auch ein bisschen mehr spielerische Sachen reinbringe. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du gegen so eine Mannschaft spielst, dass die wahrscheinlich hier sich ordentlich den Arsch vollauen lassen wollen, auch wenn es nur ein Trainingsspiel ist. Du weißt ja, jeder Trainer, der will kein Spiel verlieren und kann ich mir gut vorstellen, dass es da auf einmal wieder Schwierigkeiten geben würde, wenn du sofort so ein erstes Spiel verlierst. Ja, dann ist das Positive schon wieder ein wenig weg und unsere Jungs fangen dann schon wieder an zu überlegen. Andererseits kann man ja sagen, wenn das ein ordentliches Niveau ist, dass man gefordert wird, kann ja auch nicht schaden. Ja, sehe ich auch so. Sie werden sicherlich gefordert werden gegen den Gegner. Andersrum, der AB hat nicht ganz Unrecht, aber ich muss auch dazu sagen, in der momentanen Verfassung, in der wir uns befinden, können wir auch gegen Oberligisten schlecht aussehen, wenn die Jungs spielen. Oder gegen den Regionalligisten kann man genauso schlecht aussehen. Dementsprechend ist es schwierig im Moment den richtigen Gegner zu finden, wenn er jetzt gegen einen Landesligist oder Bezirksligist spielt. Aber das ist ja kein Gegner, das ist ja lächerlich. Dann gewinnt man vielleicht 14-0 und alle sagen, boah, sind die toll. Also da muss ich schon sagen, einerseits finde ich gut, dass die Jungs unter Wettkampfbedingungen Gas geben müssen, sich zeigen müssen. Das sehen sie aber auch gestern, mussten sie sich auch schon zeigen, weil sie wussten schon, dass der neue Trainer auf der Tribüne sitzt. Haben sie es teilweise auch nicht gemacht. Und den richtigen Gegner momentan für Testspiele zu finden, ist ganz, ganz schwer, glaube ich. Und dementsprechend lasse ich mich mal überraschen, was am Donnerstag zu sehen ist. Ja, Donnerstag 13 Uhr, bist du da, Parkstadion? Ich glaube, ich gucke mir da mal an. Ich werde mich irgendwo in eine Ecke reinsetzen und mir das in Ruhe angucken. Ich bin dabei. Das ist auch in der Ecke. Ja, und ich kommentiere das Ding auf YouTube und dann schauen wir mal das erste Spiel unter dem Neuen, unter Karel Gerrard, dem Kollegen. Der Name hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Ja. Ist wieder so ein schwieriger Name. Ausrufen kannst du den nicht. In der Nähe von von Hübs Stevens Herkunft ist er, auf der anderen Landesseite. Das heißt ja. Also neue. Außerdem hat er gerade erzählt, dass er 97 natürlich schon immer alle Schalke-Spiele geguckt hat, wegen Mark Wilmot. Und dass er und sein Vater da schon immer schwer dabei waren und mit Schalke gejugelt haben, als sie den UEFA Cup holt haben. Ich gucke mir auch jedes Spiel von der türkischen Liga an, bei Galassaray. Also wenn das so wäre, gucke ich mir jedes Spiel von denen. Also jedes Spiel an, um den Job da zu kriegen. Ja, wir wollen mal gucken, wer demnächst anruft. Vielen Dank Didi. Vielen Dank Abi. Und ja, es geht immer weiter. Wissen wir doch. Tschüss und Glück auf. Glück auf.